Du liebst Beefy-Karazza und du weißt es. Aber mach doch mal die Futter-Night-Version. King-Size-Karazza. Neulich wurde ich gefragt, wie ich meine Eier am liebsten esse. Wo ich mir auch nur so dachte, jetzt ob da irgendwer rankommt, oder Birgit? Ja, was du noch lachen kannst. Fettiger Pizzateik? Really? Ich glaub, der will mich rollen, Birgit, oder? Diese Schale ist der Schüssel zum Erfolg. Ohne das hier kriegst du das Teil nicht gebacken. Sportsalarm im Aleike mit dicken Scheiben. Allein die Dinger da hinzulegen reicht schon, Alter. Reicht schon. Tomaten mag wirklich so gut wie niemand. Und dennoch nehm ich ihn mit in den Verteiler. Großzügige Origanspender. Rheinland-Salz. Hi, E-Bims, der überaus Schmelzkäsende. Teigdeckel, der Überlappen. Drückt ihn ran, denn du. Diese beiden Schmacht-Exemplare wandern jetzt natürlich in den Backofen. Sind sie braun und knusprig? Wie viele Aktionäre hassen dieses Rezept.